Die CSC Lützbüch hat einen Tag zum Verbraucher kontaktiert, die früher zu Riesenhunde diese online gebucht haben. Die CSC Lützbüch informiert und unterstützt Verbraucher, die ein Problem oder eine Information zu grenzüberschreitenden Fällen brauchen, also wissen sie gratis. Auch wenn ein Verbraucher den online ein Wort gibt, am Prinzip ein gesetzliches Rücktrittsrecht wird. Es ist wichtig zu wissen, dass ein Verbraucher den online ein Ries gebucht hat, zum Beispiel ein Urteilszimmer bei einem deutschen Urteil gebucht hat, der so ein Rücktrittsrecht hat. Das ist allerdings auch wichtig zu wissen, dass er natürlich auch die Ries annulieren kann, dann aber zu den Konditionen, die am Vertrag festgehalten haben. Wir können auch des Öfteren von Verbrauchern kontaktieren, die Probleme hatten, weil sie die falsche Daten gegeben haben oder zum Beispiel die falsche Namen, oder sie kriegt die Rechnung von einer Versicherung, obwohl sie eigentlich der Meinung waren, sie hätte keine Versicherung aufgeschlossen. Es sind heute Beispiele, da geht ganz klar auf vier, dass der Fischdich aus, sich zu informieren, ihr in die Ries gebucht und am besten noch kurz kontrollieren, was er gebucht hat, ob alles dort, was der Ogi noch in der Richtung ist. Weitere Informationen zu diesem und zu anderen Themen zum Verbraucherrechte finden Sie auf www.cocluxembourg.lu.